Oben bleiben! Oben bleiben! Oben bleiben! Genau das ist unser Motto. Dafür treten wir ein seit 16 Jahren. Und wir werden ungebrochen dafür eintreten, weil wir längst nicht mehr nur für Kopfbahnhof 21 eintreten. Längst nicht mehr nur gegen Stuttgart 21 eintreten. Von unserer Bewegung, von der Strahlkraft, von Ihnen allen, die Sie mit ungebrochener Mut und ungebrochener Freude so heftig demonstrieren und ein Signal setzen, ist ein Zeichen ausgegangen in die ganze Bundesrepublik. Und überall beginnt man zu diskutieren für mehr Bürgerbeteiligung. Beginnen sich die Menschen zu wehren, um sich nicht mehr unsinnige Projekte aufdrücken zu lassen. Und das alle habt ihr, haben sie geschafft. Und das ist mit einer der großen Gewinne dieser Bewegung. Und wir rufen den Menschen und der Politik in Deutschland zu. Wir wollen nicht nur Beteiligung. Wir wollen Mitbestimmung. Wir wollen nicht nur Informationsflut mit Haltbarheiten. Wir wollen ehrliche Transparenz. Und wir sagen deshalb den Menschen, die Demokratie wird auf der Straße gemacht. Und das sind wir. Bevor wir jetzt zum Ende der Kundgebung kommen, möchte ich noch einige kurze Ansagen machen und Hinweise geben. Für die, die nachgekommen sind, der Demozug geht jetzt gleich los am Mahnmann. Wir haben am Ende des Demozugs eine Ruhezone eingerichtet. Dem Demozug voran geht eine Raddemo. Und wir haben noch mal der Hinweis, am kommenden Montag etwas vorgezogen. Wir haben am kommenden Montag um 18 Uhr vor dem Hauptbahnhof die 69. Montagsdemo. Bitte kommt wieder und setzt mit allen ein kraftvolles Zeichen. Und zum Ausklang und Versammeln, nachdem wir so gut eingeführt wurden in diese Kundgebung von Sam Helga mit Ella, klingt es nun aus mit New Sports. Und ich danke Ihnen allen, dass ihr gekommen seid. Oben bleiben! Und ich danke Ihnen allen, dass ihr gekommen seid.